Willkommen zurück bei Spyro Year of the Dragon Dino-Minen. Es gibt nur noch zwei Level, danach gibt es noch den Boss und danach folgt noch das Sparks-Level und das große Tor, bei dem ich wie gesagt nicht mehr sicher bin, was sich dahinter verbirgt. Ah, sonst fehlt noch die Dino-Minen und die spukende Gruft, wo ein Schlangenkopf drüber steht. Ich war mit meinem Mexiko gar nicht mal so falsch. Wir sind in Texas, ich weiß, Texas ist nicht Mexiko, aber ich erinnere mich, tatsächlich an diese Welt. Ja, ich habe, also wie gesagt, jetzt an diese allerletzte, wow, an diese allerletzte Welt, wow, an diese allerletzte Welt, muss ich tatsächlich gestehen, erinnere ich mich, also erinnere ich mich. Ich kann jetzt nicht sagen so, ah ja, hier lag der Edelstein, hier lag der Edelstein, aber ich erinnere mich an das Setting beispielsweise. Ich glaube, der Sheriff ist eingesperrt. Wanted. Unser Yeti. Unser Vogel. Verflixt und zugenäht, Spyro. Ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger. Und ich kann nichts dagegen tun. Heft ihr. Ja, wurde. Ich habe halt diese, diese Dinosaurier mit den mexikanischen Hüten, okay, ist eine Westernhüte, aber die mit den Hüten halt, doch, da ist ein Preus. Vor Augen gehabt, deswegen habe ich mich so an die mexikanische Hüte. Aber ja, es ist, äh, der wilde, wilde Westen. Wild, wild, wild. So, mal ein bisschen für Ruhe sorgen, ne? Aus den Kakteen kommen übrigens ganz Edelsteine, deswegen muss ich tatsächlich mal doch irgendwie alle Kakteen, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass das ein Fähigkeitspunkt wird, aber, ähm, nö. Die brauche ich tatsächlich, um meine Edelsteine zu bekommen. Die sind, die, ei, 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 die sind echt nicht schlecht, die Typen. Was ist denn hier passiert? Höh! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich bin richtig weg. Oh, böses, böses Land. So einfach wie die letzten zwei Länder waren, Leute, Welten. Das ist Spanien, das ist Griechenland. Boah, ähm, wie die letzten zwei Welten waren. Das hier hat es wesentlich mehr in sich, also, vom Schwierigkeitsgrad her. Oder ich bin davon nur schlecht. Alles wirklich. Ist das Wasser? Ich vertraue blauer Flüssigkeit nicht mehr. Au! Au, das ist zu schlecht gesehen. Ja, ich kann nicht mal ausweichen und du triffst mich noch und zweitens mal. Was bist du? Du konntest mir nicht genauer angucken. Ich glaube, ich sollte nicht gegen die TNT-Kisten schwimmen. Hallo, Romy. Oh, ich glaube, das ist der erste mit Schnuller, oder? Ich weiß es nicht mehr. Bei 135 Drachen haben sich die Animationen ja doch sehr stark... Äh, das ist schlecht. Ich glaube, ich habe gerade... Ah, okay. Wie gesagt, diese Welt ist... ...nicht so einfach wie die beiden davor. Und ich stelle mich einfach nicht gut an. Das muss ich mal einfach so dazu sagen. Ich stelle mich nicht gut an. Ich weiß nicht, ob in diesen TNT-Kisten jetzt Edelscheine drin sind oder nicht. Oder ob die tatsächlich einfach nur dafür da sind, so, ey, schwimmen hier nicht lang. Ich kann das nicht sagen. Aber das werden wir nachher merken, wenn Sparks die letzten... Ähm, da sind keine Edelscheine drin. Ähm, sie tun einfach nur weh. Das war daneben, wenn ich wollte. Nein, ich hatte natürlich auf die Vase gezielt, nicht auf den Gegner. Das ist ja doppelte Treffer, ne? Das ist ja... Was geht denn mit dem Level hier? Da ist der Affe. So, damit sind wir mit dem Level schon mal fertig. So, ich komme meine Gefangenen also immer. Hier, nimm das Dinosaurier-Ei weg, bevor einer ausschleppt und noch mehr Ärger macht. War aber wahrscheinlich das kleinste Ei im Gelege. Kiki. Ich bin Kiki. Deinen Tanzen sind Tirex. Ich habe noch nie einen so süßen Saurier gesehen. Ist ja auch kein Saurier, ist ein Dino. Banause. Ich brauche dringend... Ich brauche sehr dringend... ...meine Sparks zurück. Hoffentlich kriegen wir Sparks hier. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen gefluteten Minenschacht geworfen. Das ist mein Tod. Ich würde es dir erholen, aber ich bin kein guter Stich. Ich bin tot. Okay, was soll's. I'm dead. Oh mein. Inventierte Steuerung ist so geil. Also, unten ist nach oben, oben ist nach unten. Das meine ich damit. Das war nicht nett. Ah, ich sterbe dabei nicht. Okay. Ich glaube, ich war ja fast schon am Ende. Aber das war einfach nicht nett. Das war... Ja. Okay. Wir können hier zum Glück nicht sterben. Also, alles tun wir. Genug Zeit. So schlecht schlage ich mich. So schlecht schlage ich mich. Genau, das wollte ich sagen. Na komm schon. So schwer ist das tatsächlich nicht. Sagt der ja am Sterben. Das fühlt sich nicht so schwer an. Das Problem ist, dass man nichts sieht, wenn da auf einmal irgendwo Steine runterkommen. Man muss es sich halt einfach merken. Ich glaube, jetzt gleich. Ja, genau. Jetzt wollen wir ihn. Und jetzt gleich nämlich nochmal. Oh mein Gott. So, und jetzt weiß ich wieder nichts. Das hier ist Neuland für mich. Internet ist Neuland. Okay. Jo. 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 Ist genau. Woher kommt das? Ah, Scrubs. Okay. Na mein. Ja, ich hab's. Ja, ja. JD. Anspielung. Oh, okay. Alles klar. Ich hab's wieder. So was funktioniert immer, wenn ich das nicht rausfinde. Aber es kommt aus. Scrubs. Wir sind jetzt auch an der Serie, die ich nur jedem empfehlen kann, aber die könnte sowieso mittlerweile eigentlich so ziemlich jeder. Also, jeder weiß von der Serie. Nicht, dass er sie auf jeden Fall gesehen hat, aber jeder weiß von der Serie. So, könnte ich bitte meine Spar wiederbekommen. Dankeschön. Kannst du mich mal ganz kurz saven. Dankeschön. Weil ich wollte gerne nochmal in den Abgrund springen. Komm schon, Äffchen. Der Sheriff hat gesagt, ich dürfte Hilfs-Sheriff sein. Also helfe ich mit, die Dinos auch hier wegzujagen. Okay, der macht mir eigentlich ganz aus. Also, der ist, also, mein Favorit. Also, mein Favorit ist eigentlich... Oh, shit. Oh nein. Oh nein. Äh, wir kommen in... In noch älteren Shootern. Nämlich in den Dual... In den Szenerie-Shootern. Das heißt, man hat immer eine Szene und da ploppen Gegner auf und die muss man erschießen. Also, ich, äh, bewege mich nicht. Also, vielleicht sollte ich auch. Also, ich bewege mich nicht. Ich kann die Bewegung nicht steuern. Ich kann ausschließlich steuern, wo ich hinziehe, ne? Ich, äh, Daniel. früher so ein richtig cooles Spiel gehabt. Oh, da wurde ich einmal getroffen. Davon, die habe ich früher auch gemocht, die Spiele. Da gab es für die Playstation 2 so ein cooles Spiel. Was tatsächlich äh, wie ich jetzt? Keine Ahnung, wofür, aber egal. Ähm, da gab es so ein cooles Spiel äh, für die PS2. Und da gab es noch so einen Adapter, also so ein Controller, mehr oder weniger. Der, ähm, halt so eine Pistole war, quasi. Und man konnte, wow. Und man konnte halt mit der Pistole quasi auf den Fernseher zielen und dann halt so spielen. Das war cool. Man konnte halt genauso wie hier jetzt nicht laufen oder so. Ich mach grad nichts Gutes. Jetzt sollte ich auch mal zu reden. Okay. Sicher jemand dazu angestiftet. Sharon. Ich hätte eine Shannon. Nee, eine. Doch, Shannon. Jetzt bin ich ein schöner Name. Ich hätte Shannon. So. Wir wollen Edelstand. Was ist das, was es wollen? Wir wollen Edelstand. Irgendwann mal lieber nicht was ziehen. Selbstversichtlich beherrschen. Was sind das für merkwürde Beep-Pop-Geräusche hier? Hallo, Stadio. Hallo. Hallo, hallo. So. Es fehlt mit Sicherheit auch immer noch einiges. All right, that's it. That seems to be it. Dann wollen wir zurück. Und zwar kann ich nicht fragen, weil erstaunlicherweise hat er keins. Oh Gott. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist noch was versteckt, wenn die schon die Fenster einschießbar machen. Jetzt ist die Frage, ich glaube ich gehe nochmal zurück. Jetzt sind hier noch mehr Fenster. Okay. 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 kann ich einschließen Oh jetzt ist spark auf ach so ich hatte nur einfach keine spark ist wohl da noch und wir haben tatsächlich was übersehen hier was okay habe ich nicht gesehen jetzt glaube ich zurück zum Anfang des Levels ne willst du oder willst du hier in die Ecke zum Anfang des Levels scheint dann gehen wir da hin ich hatte hatte ich gerade eben genau also meine Reihenfolge mit meinen Lieblingsspielcharakteren muss ich gestehen auf Platz 1 ist mein Hulk auf Platz 2 ist eindeutig der Affe auf Platz 3 ist meine liebe Sheila das King und auf Platz 4 weit abgeschlagen ist Birdie Bird Bird also ich habe nichts gegen Birdie Bird Bird zumindest nicht so effektiv ist aber ja wo willst du jetzt doch nochmal in die Richtung ich weiß gerade nicht wo es spark hier ich weiß auch gerade nicht wie die Verknüpfung hier ist die wilde ich weiß gerade generell nicht mehr wie das Level hier aussieht jetzt sind alle Kakteen wieder da das geht mir auch Schieber auf ihn werfen warum ist das so kann ich nichts verschießen hier will Spark irgendwo nochmal hin ich will ganz am Anfang zum Anfang des Levels komm Spark aufzufressen da hinter sind Minzen aber meine Frage ist ja eher nein auch ich Mensch will I'm confused Durch den Schornstein Or not Mit viel Vertrauen Das sind wahrscheinlich auch meine letzten 22 Edelsteine Ich würde ja behaupten, ich muss hier hoch auf dieses Dach Und dann da rüber Oder so Gibt es hier irgendwo eine Kiste, die niedriger ist Okay Möchte ich Vertrauen, mein Lieben Denn Und damit Ist dieses Level Zu 100% abgeschlossen Wunderbar, wunderbar Und kein Geldsack hier in diesem Level Ähm Jetzt fehlt uns nur noch die spukende Das Bukis Buki Ähm Spukende Gruft Genau So, da wir aber jetzt schon 22 Minuten im Part sind Werde ich das wohl beim nächsten Part machen Weil das Level werde ich mit Sicherheit Ja, ne, kein Überdenken Part hier Der letzte Part war schon irgendwie 37 Minuten lang 100% ist das Level abgeschlossen Äh Ist denn mein Lieber Geldsack mittlerweile bereit, mit mir zu reden Seems like he is not Spukende Gruft Wir gehen mal rein Und ähm Werden dann im nächsten Part quasi damit anfangen Aber wir gucken Wir spoilern uns schon mal Wir sind Bei den Pharaonen Wir sind Ägypten Und bei Mumien Bei Little Mommies Bis dahin Viel Spaß mit Videos Euer Hedi Ich hab schon einen Edelstein Wo hab ich denn schon einen Edelstein her Egal Bis dahin Viel Spaß mit Videos Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin